Silicon Filztal ist eine Initiative, die gesellschaftliche Innovation fördern möchte. Wir haben drei Schwerpunkte, Innovation, Gründergeist und Kreativität und das mit einem Schwerpunkt auf ländliche Regionen. Zusammengefasst, wir machen digitale Chancen ländlicher Regionen greifbar. Wir haben einen jährlichen wichtigen Ankerpunkt, das ist ein großes Mitnachfestival. Da münden auch viele der unterjährigen Projekte. Wir haben ein Start-up-Programm, das nennt sich Bauersucht Start-up. Das ist nicht nur für Agrarthemen, da versuchen wir urbane Start-ups aufs Land zu holen, sie mit privaten Gastgebern zu verbinden, sodass auch beide Seiten voneinander lernen. Wir haben MINT-Maker-Aktivitäten für Kinder, so ein breites Spektrum an ausprobierbaren Aktivitäten. Aber man kann sehr viel machen, egal welche Infrastruktur man hat. Man kann im Kopf verändern, man kann Dinge einfach ausprobieren. Und die Vorteile auf dem Land sind zum Beispiel die Geschwindigkeit von kleineren Kommunen. Ich sage immer, die sind mit Start-up-Geschwindigkeit unterwegs. Die können auch mal was ausprobieren. Man hat mehr Zusammengehörigkeit, mehr Aufgeschlossenheit vielleicht, einfach mal was auszuprobieren. Man hat vielleicht auch im positiven Sinne Tradition, die Innovation wieder ein bisschen erden kann. Das sind Themen, die uns helfen auf dem Land. Wir machen halt einfach mal. Wir haben begonnen, haben uns Partner gesucht und das hat sich dann irgendwann rumgesprochen, sodass wir heute im Grunde schon ein Lernbeispiel sind für ähnliche ländliche Initiativen in Asien, in Afrika. Und diese Entwicklung von ein paar Leuten, die einfach mal begonnen haben, was zu machen, bis zu einer weltweit vernetzten ländlichen Initiative, denen die Geschichte erzähle ich einfach mal. Vielen Dank.